Hallo liebe Freunde des gepflegt Motorradzubehörs, hier ist wieder euer Daniel von HEPCO und Becker und in diesem Bike Special zeige ich euch Motoguzzi Stelvio und all unser Zubehör für dieses Bike. Also seid gespannt, los geht's nach dem Intro. Wer den Stelvio Pass in Bella Italia noch nicht gefahren ist, dem empfehle ich das A und B eventuell sogar mit einer Motoguzzi Stelvio. Um das Ganze aber reisebereit zu machen, sind natürlich bei HEPCO und Becker die Spezialisten und haben dieses Stelvio 2023 im Modell uns zur Brust genommen und komplettes Zubehör im Bereich Schutz und Gepäcklösungen konzipiert für dieses Fahrzeug. Beginnen wir doch einfach mit dem Schutz, denn hier haben wir einmal, das muss dann später nochmal hier gezeigt werden, denn der Adler von Motoguzzi wird hier vor diesem Lampenschutz, der wunderbar geschützt, dieser schützt den Hauptscheinwerfer, ist nicht für die Straßen zugelassen hier in Deutschland, aber für Show-and-Shine oder für Offroad-Zwecke wunderbar stabil und schützt eben den LED-Hauptscheinwerfer vor. Flug von Steinen und Sonstigem. Sollte man das Fahrzeug mal umkippen lassen, entweder im Stand oder auf Pisten oder sonst wo, dann macht es Sinn, einmal den längs eingebauten V2 zu schützen und das machen wir mittels unserem wunderbar hochstabilen Motorschutzbügel in Schwarzpulver beschichtet. Der schützt einmal, wie gesagt, hier Zlinderköpfe, Ventilkopf, auch die Krümmerführung hier, der Auspuffkrümmer wird geschützt, nochmal durch diesen Bügel hier, wirklich eine stabile, schöne Geschichte. Möchte man auch die Ölwanne unten schützen, den Unterboden, dann empfiehlt sich unsere 4 mm starke Aluminium-Unterfahrschutzplatte, unsere Motorschutzplatte. Hier jetzt auch einmal in Schwarzpulver beschichtet, wir bieten sie aber auch in Alupulver beschichtet an, dass das Ganze auch so ein bisschen mit dem Kadern und so zusammenpasst. Das ist eine Geschmackssache, könnt ihr frei wählen. Hier noch ein kleiner Zusatz, der jetzt gar nicht mit dem Schutz zu tun hat, aber doch irgendwie indirekt schon, denn gesehen zu werden und etwas zu sehen, ist nicht verkehrt. Dafür bieten wir uns hier unsere kleinen, aber super hellen Nova LED Zusatzscheinwerfer an. Die lassen sich auch super einfach mit der Batterie verknüpfen oder verbinden und sie lassen sich zuschalten, eben durch einen separaten Schalter, der am Lenker befestigt wird. Da gibt es aber auch nochmal spezielle Videos. Nova, anschauen. Soviel zum Schutz hier unten im Motorbereich. Auch der Lenker wird gerne von uns geschützt. Werkseitig von Motoruzzi kommt dieser Kunststoffschutz mit, der aber eher eine Windabweiserfunktion hat. Wir möchten das Ganze wirklich stabil schützen und haben hier einmal unseren Griffschutz im hochwertigen Stahl wunderbar verschraubt und im Pulver schwarz beschichtet. Der hält dann wirklich Schutz für Lenker, Griff, Hände und Sonstiges. Sieht sehr gut aus auch. Das war es zum Thema Schutz. Dann kommen wir zum Thema Gepäck. Ah nein, Schutz haben wir noch eine Sache. Die ist natürlich jetzt hier verdeckt durch unseren Exit-Koffer. Nehmen wir den aber ab. Jetzt haben wir, denn natürlich ist der Motoruzzi Stelvio ein Kadernfahrzeug mit einem Kadernantrieb. Und der kann natürlich hier empfindlich beschädigt werden, wenn man mal irgendwo stürzen sollte. Da haben wir hier wunderschön auch in einem Rohrstahl den Kadernschutz konstruiert. Auch dieser ist schwarz-pulverbeschichtet und geht an Originalanschraubpunkte dran. Wunderbar stabil, schützt eben den empfindlichen Kadern vor Beschädigung. Machen wir den Koffer wieder dran oder sollen wir da unten? Lasst es belassen, einfach mal unten. Denn wir kommen jetzt ja zum Gepäck, wo ich eigentlich hin wollte. Das Fahrzeug kommt natürlich ohne Gepäck erstmal vom Händler. Und jetzt möchten wir auf Reise gehen, eben den Selvopass zum Beispiel fahren und möchten da natürlich Sachen mitnehmen. Kleidung und so weiter. Kleine Sachen wollen wir auch mitnehmen, wie unseren Geldbeutel zum Beispiel. Den kann man vorne in einen Tankrucksack am besten natürlich packen. Hierfür bieten wir unseren Basic Tankring modellspezifisch für die Stelvio an. Der Gegenhalter wird an den Tankrucksack deiner Wahl verschraubt. Hier ist einmal der Epic 3, der kleinste in der Epic Serie. Der reicht aber schon wunderbar für Geldbeutel, Brille, Tabak, sonstiges. Es gibt natürlich aber auch jede Menge mehr Tankrucksäcke, die auch auf dieses Bike passen. Dann haben wir hier schon mal den kleinen Kram verräumt. Wir bieten für das Fahrzeug auch unseren SIBO an, SIBO-Träger, unsere Seitenträger, für eben zum Beispiel unsere Street-Seitentaschen, die Softtaschen oder eben auch für den kleinen Hartschalenkoffer, der für unseren SIBO ist, unseren X-Core-Koffer zum Beispiel. Den könnte man dann quasi, jetzt nicht auf diesen Träger, aber eben auf dem SIBO-Träger befestigen. Also, wir bieten einmal das SIBO an für kleineres, schnelleres Gepäck oder dann eben unseren festverschraubten Kofferträger, den wir jetzt hier einmal sehen, auf dieser schwarz-grüße beschüftet. Geht an verschiedenste Anschraubpunkte dran, ist somit hochstabil. Da passiert also nichts, wenn man auch mal umfallen sollt, schützt ja sogar eher das Bike. Und auf diesen festverschraubten Kofferträger bekommt man nun all unsere Hartschalenkoffer, wie zum Beispiel jetzt hier unseren schwarzen X-Core-Koffer angehangen. Hier haben wir dann auch schon mal ein bisschen Volumen mehr als in den SIBO-Varianten, denn wir können hier maximal 10 Liter beladen. Wir haben einen Top-Loader, der zu beiden Seiten öffnet. Das nur so als Beispiel. Man kann aber auch die Explorer-Serie, die Journey-Serie oder die Junior-Serie eben auf diesen Kofferträger anbringen. Auch wenn ihr noch bestehende Koffer zu Hause haben solltet, auch die passen auf den neuen Kofferträger für die neue Style-View-To-House. Haben wir die Seiten abgehandelt, erzählen wir hier noch im Heck was. Da haben wir das Ganze eben auch aus der X-Core-Serie, unser Top-Case mit 45 Liter. Auch hier passen all unsere Top-Cases drauf. Was wir aber brauchen, ist unser Easy-Rack für die Original-Gepäckbrücke von Moto Guzzi. Die ist nämlich schon gegeben. Wir bieten noch mal eine Adapterplatte, die quasi die Anschraubpunkte des Originals annimmt und Anschraubpunkte bietet um unser Easy-Rack oder unser Alu-Rack. Beim Easy-Rack ist es so, dass es von der Funktion her eigentlich das gleiche ist wie das Alu-Rack. Das Alu-Rack ist aber ein wenig breiter und dieser Bügel ist eben nicht optional einkrappbar, sondern verbleibt so starr. Diesen brauchen wir dann wieder zum Befestigen unserer Top-Cases einmal hoch. Denn hier mit diesem Kunststoff-Krapez müssen wir da einmal drunter und hängen da ein. Und hier unten nochmal aufmachen. Und dann kann es auf die Reise gehen. So ist es natürlich jetzt voll bepackt und hat natürlich ein bisschen Gewicht generiert auf dem Fahrzeug. Daher empfehle ich euch auch von uns unsere Seitenständerverbreiterung. Denn nicht immer ist der Grund so hart und solide wie hier bei uns im Studio. Denn wir wissen es alle, am Waldrand, Schotter, Pesten und so weiter, hält man mal an und möchte die abstellen. Und diese Seitenständerverbreiterung verbreitet eben den Original-Seitenständer um das Top-Case mindestens. Und somit ist ein sicherer Stand gewährleistet. Jede Menge Zubehör für dieses Fahrzeug. Für weiteres Zubehör oder weitere Informationen oder anderes Zubehör für andere Motorräder, geht auf unsere Webseite hebgo-becker.de. Dort gibt es eine Bike-Datenbank. Modell wählen, modellspezifisches Zubehör auswählen. Und dann ist universelle Zubehör für dieses nochmal zusätzlich auswählen. Bei Fragen auch immer gerne ins Kommentarfeld. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder zuschalten würdet, wenn es heißt, herzlich willkommen liebe Freunde des gepflegten Motorrad-Zubehörs. Bis dahin, alles sehr gute Fahrt. Ciao, ragazzi. Euer Daniel.